So ein kleines Casino einrichten Äh, ein Troll wurde unglücklich Wo ist man in meinen Dungeon eingedrungen? Wo, wo, wo? Ach du Heilige Hier will einer Stress gleich mal absichern gehen Auch wenn das vielleicht wieder etwas zu vieles Guten ist Und hier will ich langsam mal kein Gejammer mehr hören Deswegen versammle ich mal meine gesamte Mannschaft hier Ja genau Äh, ich verliere Ims Weil gegnerische Ims sie verklopfen Das dulde ich aber nicht Ihr Schlagt euch mit meinem Teufler Du arbeite mal Okay Stress von zwei Seiten ist weniger gut Äh, von mir aus Von mir aus Hab ich nichts dagegen Hab ich echt nichts dagegen Ein Geschöpfer verhungert in eurem Kerker Was verhungert in meinem Kerker Den lassen wir die Den lassen wir definitiv nicht verhungern Ein Level 4 Salamander ist wertvoll Einen gegnerischen Schlafsaal erobert Euer Schlafsaal wird angegriffen Ich sagte dir doch, du sollst arbeiten Vielleicht baue ich noch ein bisschen mehr Werkstatt hier oben rein Können auch nur zwei arbeiten Egal Also ich glaube Blau hat schon mal Probleme Und ich habe einen gegnerischen Magier hier Der unbedingt Da ist ein Level 6 Salamander Okay, grün ist gefährlich Grün ist definitiv gefährlich Und meine blöden Trolle schaffen nicht Den verkaufen Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben Hier auch ein Stück verkaufen Und Werkstatt Stattgrößer machen Ich baue ne Ich reiß das Welchen Schlafsaal hat erobert? Ach den da Den kann er von mir aus Erobern Ist das ein Puddelmodel hier? Und ich merke gerade Ich habe kaum noch Imps Das ist nicht so toll Das ist nicht so wie ich es gern hätte Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben Und als Skelett wieder auferstanden Da sage ich wie ich es hier Skelette Und wir nehmen mir überall Die verdammt gegnerischen Imps Ich kann nicht auf zwei Seiten gleichzeitig mit meinen Imps Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt Einen gegnerischen Teufler zu haben Wäre auch nicht schlecht Das Casino interessiert mich gerade nicht Ich will meine Gebiete wieder haben Wir meine Gebiete wieder haben Und zwar so schnell wie möglich Und dazu bräuchte ich mehr als nur einen Troll Ein Teufler wurde unglücklich Weil er keinen Platz zum Schlafen hat Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker So jetzt doch Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben Und als Skelett wieder auferstanden Euer Zauberspruch im erschaffen wurde verbessert Also die Mission ist definitiv anstrengend Kann ich jetzt schon sagen Komm arbeite So jetzt arbeite schneller So jetzt bin ich jetzt schon Also Lila ist im Augenblick am gefährlichsten, weil Lila hat erstens zwei Portale und zweitens scheint Lila sich überhaupt nicht so richtig am Kampf zu beteiligen. Höchstens Lila geht auf den Grünen los, was ich schwer hoffe. Ich gehe in Klopperei mal wieder. Ich muss wirklich erst gucken, dass ich den Blauen loswerd, bevor ich mich den Grünen zuwende. Ich gehe in Klopperei mal wieder. Mann, ich könnte vier Trolle als Arbeiter hier rufen. Ich brauche mehr Gold. Die müssen aus dem Kampf abziehen. Sie sollen graben. Und bitte grabt, sonst verhau ich euch. Euer Zauberspruch Symbiose wurde verbessert. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Oh, das gehört bei der gegnerische Teufel. Ihr habt einen gegnerischen Schlafsaal erobert. Euer Schlafsaal wird angegriffen. Ihr habt eine gegnerische Brücke angegriffen. Ihr habt eine gegnerische Brücke. Der Gegner erobert euren Schlafsaal. Euer Zauberspruch heilen wurde verbessert. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Eure Brücke wird angegriffen. Der Gegner erobert eure Brücke. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kater. Das sind gegnerische Geschöpfe. Die interessieren mich nicht. Ich werde sie von mir aus gegenseitig umbringen. Wo ist mein Troll? Arbeite los! Arbeite los! Das ist mir auch wurscht. Euer Zauberspruch böser Blick wurde verbessert. Also jetzt reicht es mir ehrlich gesagt. Ich lasse jetzt mal Horny los. Der soll von mir aus. Hier wüten. Genau, geh mal bei Blau randalieren. Solange du hier... ...euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verlassen. ...du im Hals hältst. Aber ich sollte, wenn ich schon Horny da hinschicke, auch gleich mal einen Großangriff in die Richtung starten. Welche Brücke eigentlich? Der Gegner erobert eure Brücke. Ihr habt einen gegnerischen Schlafsahn erobert. Der Gegner erobert eure Brücke. Der Gegner erobert eure Brücke. Es ist Zeit. Jawohl, da ist schon das blaue Dungeonherz. Mach das kaputt. Dann haben wir das Problem weniger. Ich mag Skelette. Die sind ziemlich schnell eigentlich. Und so gesehen auch ziemlich stark. So. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit der Effizienz eures Dungeons. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. So. Ihr erbeutet eine Hühnerfahne. Fahne abreißen. Und alles was wichtig ist. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Teufler. Äh, ja. So. 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 So.